Der sibirische Tiger lebt in Ostasien in wassernahen Wäldern. Sein Bestand in freier Wildbahn ist auf 350 Tiere geschrumpft. Er nährt sich von Säugetieren, Vögeln und Fischen. Er erreicht ein Körpergewicht von bis zu 350 Kilogramm und ein Alter von bis zu 25 Jahren. Der Tiger ist die größte lebende Katze der Welt. Sein langes und dichtes Fell schützt den sibirischen Tiger vor Temperaturen, die in seiner Heimat unter minus 40 Grad fallen können. Er lebt normalerweise einzelgängerisch und markiert sein Revier durch Urin und Kratzspuren. Die Raubkatzen haben ein sehr großes Jagdrevier. Die Streifgebiete der Weibchen sind bis zu 400 Quadratkilometer groß, wie der Männchen bis zu 1000 Quadratkilometer. Der sibirische Tiger muss pro Tag 9 bis 10 Kilogramm Fleisch verzehren, meist Hirsche, Rehe und Wildschweine. Er schleicht sich an die Beute an und springt mit einem gewaltigen Satz von hinten auf das Opfer und schlägt seine Eckzähne in den Nacken des Beutetiers. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017